Hallo Leute und herzlich willkommen endlich zur neuen zu eurer Minecraft Map mit dem Mr.Pet 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 ja Ich bin Player 2 Player 2 Wir spielen Path to the End Dann diesmal Moment erstmal möchte ich hier so her Torches Ein Holzschwert Wie sagen wir so viele Maps? Ja da stehen Dinger drauf Moment Das mach ich gleich hier so und so und so So ne What the fuck Switches Button Kannst du erkennen? Nein Also ihr lest hier Die eines selber lesen Unwichtig Gold ist also Highscore wieder Gold Ja Okay Easy muss es mindestens sein Ich denk mal das ist easy Ich glaub ich sogar normal Ja also auf jeden Fall verliert man an Essen und ich hab schon ein Zombie gesehen Okay Und Ähm Gott Ist das da? Hier Achso hier ist Seite 1 Äh Schnau Okay wir dürfen uns nicht zerbrechen außer halt mal wieder hier leben Nehmen Nehmen Ah ok und äh hier Nehmen oder Clay Wie heißt sie jetzt ja die Fackeln dürfen wir auch kaputt machen? Anni halt den dürfen wir nicht äh Lass wir da 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 Aber das ist ja auch bestimmt Stecker Wenn Fackeln bekommen sollen wir damit machen dann? Naja ich weiß nicht aber andere tun wir auf jeden Fall noch nicht nehmen Ähm You can only play Redstone and Torches Okay Okay also an Spalte das Gnade Obsidian Ja genau lest sie aber You can craft with Mathias sehr schön Und Und Versteckte Tröhn Hast du eigentlich irgendwas? Was? Hast du eigentlich irgendwas? Ich hab's Ich hab's Fackeln essen und Schwert Versteckte Tröhn können überall gefunden werden Gut also diesen Block Mach mal wieder gut machen Oh Oh Die dann schaufeln und Nimm du mal die scoren oder? Moment dann mach ich dir doch mal die Schaufel weiter Also dann ist das okay Du sammisch das go Jupp Mach ich ne Oh 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 also die Steine bringen uns wahrscheinlich nicht außer den Weg Wir haben die Schaufel Können wir die Schaufel was abbauen? Naja sagen aber wir dürfen halt noch nicht Ja Okay Ne für Claire bauen wahrscheinlich dann Sollt nimm mehr Okay Ähm wir gehen mal weiter ne Ja Moment mal dann Pass immer nach Claire auf Claire ist gut So hier bisschen nur Ist super Das sind mir lange überhaupt Hier hier Komm mal her Komm zurück Komm zurück Komm zurück Komm her Komm her Was hier Oh los der Kling von Der Kling Falls du's nicht sie sind Komm so und das soll ein guter Weg sein Oh der ist Gold drin Hol nimmer Okay 3 Gold Moment Moment Hier sind noch die Steine Die geht's lang Okay Immer wieder ein bisschen ausschalten nach äh Lehm Ja Schwestern Nix Boah deine schöne Schuhe Nicht schlecht Nicht schlecht Sie muss bei mir überhaupt mit dem Skinner Ja wer bist Ja Naja Ist da unten Ist da was Oh ich hab ich was gefunden Komm mal runter Bist du Ja Da geht's runter das ist ne Hölle Äh ich glaub Was ich war Wie sagte ich Ich weiß wenn man hier hin sollte Ich glaub der ist Ehrens noch von ihm vergessen worden Oder Das ist schon ne ziemlich auffällige Höhle Ich bin gerade in die andere Ja ich erst es ist tätig Ach so hier jetzt in Sporn komm mir zurück Ja gibt's ja vielleicht was zu Neh da gab's Neh da gab's ziemlich die gibt es leider keine Kiste hat doch noch die Kiste Hälscher wird Hälscher alle halt acht es lieben okay ich hab schon mal das ist es ist das aus einem System ablenkt sie ab er abgold 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 klinik an der Klinik die Güte um ein Holzschmerz kaputt ja was ist kein Problem ich habe Steinschäden so gefunden okay und dann bin ich jetzt ein also die messe ich schon mal gut vom anfang her so was ja ich jetzt zum glück auch für die co-modus gemacht wird so es war so ein schwert schulder und da muss ich noch mal auf und da habe ich noch kohle und essen was man auch brauchen kann schwer immer noch nicht er hier liegt warte 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 schaubt wenn ich die stadt aber auch um skelett seriata es ist mit ihr es wird stand nur dass wir an den bett kenne ich so gut und müssen ich weiß der klinischen skelett zu über die sie im mero schweig dauernd also auch die LN wir in kann jetzt meinen wir ich habe schon vollfühlt erdings gefunden und die Kuchen am Morgen so ist er sich übergelassen wenn sie übergelassen würde ich ja jetzt mal so dass sie eine ältere Parfus auf die Ent zu die Ent wer ist so ich weiß ob sie neu und die Kette er kann und es ist die Kiste die Krise der Krupport da soll und Prozent zwei Helme wo bist du ab und hierchen Gold gleich bist du schon wieder ich bin den Grabuntergehörner da okay wir haben noch ein Stück Kuchen und so und schlecht gut sehr sehr sechs übergelassen das war ja so wie es selber gestorben und aber nicht abbacken dass er sich nicht sehen kann ja bist du ich bin auch nicht so und das goldig hier oben so ich dachte das sagen wir können Adi Mekke ich wirklich wissen habe ich heißt schon ein Schmerz sagt aber nichts ich kenne sie nicht was welche Schell es wird und so ich habe hier wieder mit zum Vorlesen Warte kurz okay es kommt oder wieder was einmal leise das machst du K dann die Schmerz ich traue ich bin hier drin gefangen sehr ganz schön ich habe kein Block er war das ist immer dies als nicht klettern einem hier aufbauen einziehen die Bärmeer ich will ja nicht schicken ne gut das äh reichen okay so wir haben nicht zerstört ja nein gut schon wert oh ja natürlich wird der Türback denn das what the fuck so rein warte 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 okay es wird wieder gerade eben hier war viel abgeschmackt ähm ach das war noch das haben wir noch können gehen das nachdenken ist wenn wir uns noch vorher oder ihr könnt diesen was ab und zu des 16 sieg größten Kiel und hier steht ab und erinnert ist das den Ort ist der Jürgen der erlaubt die Jürgen das was wie er die Jürgen bei Norbert der Zoll dort so zumal aber schlafen die Meldungen nicht gut die vor allem viel zügig ist sie mit sie nach hinten okay hier haben wir jetzt nichts mehr das so der ist ich höre sind dass ich so gut jetzt ja hallo sie geht es nur gut Geld und drunter okay ich würde immer wieder mit der Bezirkung des Gelegtes dieser Eitel da ist die Kiste mit Essenszeug und Gold immer mit dem Sander oder was er ich denke die Pilze für Auerbauer um Pilzen zu machen ja stimmt da machen nicht ich schlacht mit der Welt auch nicht schlecht sein ist ihm schwer schlägt ich bin aufschlager so aus die Mücke sie schlagen und dr hier ist alles weg gern sind so gleich mal der Super machen wenn du willst aber ich brauche an die Säßung da haben wir schon mal jetzt ist die Frage halt nicht warte kurz ich komme nicht wieder ich muss jetzt wieder um das Schilder lesen kann naja okay wie macht man nun mal dass er mein Grazer war ja wie macht man noch mal eine Suppe war das einfach ähm ein Schälchen ein brauner oder roter Pils irgendwo rein ja äh muss kurz machen ich weiß grad nicht wie es geht ich habe aber ein Secret gefunden komm ja komm ich hab einen Helm für dich komm her jetzt los ja warte los brauchen wir einen Schalter hier geht es bestimmt hier weiter dass ich eine Eisentür ja ja war ja bist du da bist du und Schönen ja ich weiß sie hat durch die Welt hin für dich und ich muss die Suppe machen ja okay warte die reine Schösser der Tür ach so die reine Schösser der Schüttel und hier zu lassen ok du klonisch übernacht ist ja ganz toll dann gibt es dir mal eine dennis oder nacho so nächstes haus oder also unten weiß so der Wasser war schon ja okay auch nicht schlecht eine Musik Schaltplatte das heißt manchmal dann mache ich doch gerade mal rein oh ich hab cool gefunden die Musik und der und hier ist das mit das mit das ist und der Leuchte schütze schütze wir haben das nicht so gut noch was bei Ophelme Kohl also Bellor 8 eine neue Map und das ist hier drin ist manchmal steht hier drauf äh Below the Pond Overworldly Treasure Wait for a year o Ophelme Kohl das heißt der Korinther wo bist du so ein ja von Siegfried Black is bad in the world below to find what is sie wir müssen in einem Blätter stellen die Wolle drunter mit den Siegwissen aber ich weiß nicht von wem von dem jemanden okay auf jeden Fall ich seins ja das ist eben eine Verwolle zu stellen ja hier ist dann wahrscheinlich nicht in ihrem Haus ist es ich rufe mal hier weitest müssen n n n n n n es ist auch nicht nicht n 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 das kann natürlich gut sein weil wenn er sagt es ist er und es hat so eine einzelne personen mann auch der wir spielen wir den zerstörner nicht ja da kommen wir gleich in kisten so an alles doch da ich wohl ah ja genau ein schalter haben wir noch eine kiste da ja aber ich die wir können nicht dran wegen der pferden weil da macht mal weg das ist ja sonst bisschen und wenn er nur darüber alles geistert okay das ist eine gesetz denn es ist nicht drin kann es so schweiz okay ich war du schwein also wo die eisen türi und auch mal das macht weil ich so warte ich über ein spinnfäden einmal setzen Betzweck Betzweck Hallers mit der Minister Wersel Wage ich war auch hier ja ich weiß nicht mehr genau was war ja ich bin genauer und was stimmt das ist noch mal dann mal kurz bevor du weiter geht bevor du weiter geht es müssen das ich stehe da drauf war doch noch kurz vielleicht noch da der erste was der vierste das war's test vor der ausgabe ja weiß ich wirklich auch begrenzt haben zu freut schockte ihr spiel abnehmen er will mich die ganze k okay so ein zahlen test für uns denn ich nicht mehr hier habe ich aber den Stichwitz neben oder noch ganz ernst ich will den Scheiß nicht drücken da war auch du es der Auge was sie das in Schicht an sich du bist tot im Moment ich bin ich wollte gerade zu dir gehen und bin dann gerade noch zurück gegangen was steht denn da was doch gelesen ist der stand bei mir stand das schild nicht da ein bisschen was kann ich dir dann geben ja was wichtig ist dabei was nicht verlieren durfte ich glaube nicht vielleicht ich gebe dir ein paar ich hier sachen ja okay auch zum besten als studi-score nix ja um das stück aufpassen sich die richtige märzte sich die richtige ist nicht die richtige auch nicht auch nicht wissen die richtige aber auch die diese tülle für aus moment 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 ich bin hier schon mal ich weiß nicht was er von dir richtige ich kleck aber genau dass der voran voraus geht ich habe kein schwer mehr irgendwie was wenn ich die mac überhaupt haben der richtige mehr eigentlich schon ich weiß gerade noch nicht welches davon direkt im web bis das nicht das nicht das nicht nein nein ich habe noch ein pilzlager gefunden hatten wir jemand eine richtige map denn ich weiß ich hatte auf jeden fall kaum eigentlich gelben muss auch was ist ein paar skulette hier drin zwei stück im schiesiger biskund silber ich kann nicht so was es gibt ja noch ein paar fackeln geben und ich nehme die kiste schnell und ich schalte schalter gedrückt der schalter gedrückt zurück nicht über was er aber schon hat denn sich den mehr fackeln kommen dürfen wir setzen hier kann auch mal ein paar pilze mitnehmen wir wollen hier geht es weiter immer wird wirklich das wir jetzt schon Ende okay also viel wenn es die nächste tür offen sein ich brauche die alle peter was sie trocken bei mir nicht weg hat durch das kunden sind voll viele ja wo bist du ich bin hier